Ich glaub, es geht schon wieder los. Dresden im Fieber. Kannst das doch wohl nicht wahr sein. Im Kaiserfieber. Dass man so. Für viele die Nacht des Jahres. Total nicht halb so lieb. Einige Stunden zuvor, mittags. Chris und Norman sind auf dem Weg vom Hotel zum Elbufer zur Kaisermania. Wenn man dieses ganze Ambiente hier so mitbekommt, das Feeling, die ganze Stadt ist eigentlich im Ausnahmezustand. Also das ist schon der Wahnsinn. Die Thüringer bezeichnen sich als Mega-Fans. Das Paar ist hier damit in bester Gesellschaft. Die meisten aus ihrer Fangruppe haben Karten für alle 4 Dresden-Konzerte. Obwohl die immer sofort ausverkauft sind. Man hat immer so feuchte Hände, wenn es ein Groß geht. Zack, ja, ich hab 2, du hast 2. Das goldene Ticket kostet 160 Euro. 60 mehr als das reguläre. Dafür dürfen sie hier nachher 15 min eher rein. Das ist es ihnen wert. So wie andere zum Fußball gehen, gehen wir zum Kaiser. Und er, er gibt uns einfach diese 2,5 Stunden, da tanken wir praktisch auf. Noch 5 Stunden bis Konzertbeginn. Und auch er ist schon da, Roland Kaiser. Seit 2003 spielt er hier die Kaisermania, die ihn auf die großen Bühnen gebracht hat. Das ist letztendlich der Start gewesen für meine Live-Karriere, die dann letztendlich in diesem Jahr im Stadion gelandet ist. Der Ausgangspunkt war eindeutig hier. Dresden ist für ihn inzwischen ein Heimspiel. Er schätzt diese einzigartige Kulisse und seine besonderen Fans. Es ist für uns ein großes Glück, dass es Fans gibt, die solche Strapanzen auf sich nehmen und solche Formen von Begeisterung leben und äußern können. Es ist inzwischen kurz vor 18 Uhr, der VIP-Eingang öffnet. Chris und Norman sprinten für Plätze ganz vorne. Wir haben es geschafft. Nicht nur drinnen wird es voll. Zum Kult der Kaisermania gehören auch tausende Zaungäste auf den Elbwiesen. Wir lieben Roland einfach. Er kann Leute begeistern, auch ohne dass man drinnen sein muss bei ihm. Es ist einfach der Hammer. Es ist so cool. Und dann tritt er ins Rampenlicht. Bis auf Zetter, alles perfekt. Es war immer ein Traum von mir, mal hier zu sein. Jetzt bin ich hier, ich bin glücklich. Dieses Glücksgefühl haben in Reihe 1 auch Chris und Norman wieder. Es webt, es vibriert, es liegt was in der Luft. Das ist einfach der Wahnsinn. Die Kaisermania-Konzerte am kommenden Wochenende sind ebenfalls ausverkauft. Auch sie werden dann wieder dabei sein. Vielen Dank.